...geschichte, etwa in Frankreich, wie der französische Präsident Emmanuel Macron bemerkt haben soll. Wir laden die Kulte zu einem Diskurs mit dem Staat ein, fordert Opaschi auf. Ein ermutigendes Modell hierfür ist dieses, verweist er auf die mit der Vorstellung des Bildbahns abgeschlossene Veranstaltungsreihe über jüdisches Kulturerde in Rumänien. Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle um 6 Uhr auf den Frequenzen 7,330 kHz DRM im 41 Meter Band und 9,700 kHz im 31 Meter Band. So dann um 14 Uhr auf den Frequenzen 9,600 kHz im 31 Meter Band und 11,910 kHz im 25 Meter Band. Und um 18 Uhr auf den Frequenzen 6,090 kHz DRM im 49 Meter Band und 9,775 kHz im 31 Meter Band. Die Zeitangaben sind in UTC. Im Internet sind wir über Windows Media auf www.rri.ro zu erreichen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020